1 plus 2, das macht immer 3, 6 durch 2, das ergibt wieder 3, 9 durch 3, leichte Rechnerei, das sind 3, wie's auch sei, wir sind 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 durch 4, 5 durch 4, 6 durch 4, 7 durch 2, das ist 4. BING DANG DANG BING DANG DANG BING DANG